In diesem Video nehme ich euch mit auf die Fahrt der Linie 59 der Straßenbahn Mainz. Wie auf der Karte erkennbar, startet die Linie 59 am Zollhafen Mainz, führt dann Richtung Innenstadt zum Hauptbahnhof Mainz, anschließend wieder aus der Innenstadt heraus über die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und endet schließlich an der Hochschule Mainz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Straßenbahnamt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 ... 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